Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Sonntagsvideo. Ja, wie versprochen gibt es auch heute wieder ein Video. Und zwar habe ich hier ein schönes Päckchen von Colorful DIY. Ganz neu auf meinem Kanal ist das erste Video zu der Firma und ich bin mega, mega gespannt. Und damit ihr nicht so lange auf die Folter gespannt seid, packen wir es direkt aus. Gut, wir starten. Aufgeschnitten ist es schon. Und ich würde vorschlagen, wir holen jetzt nacheinander erst einmal alles raus. Und zwar haben wir, ich glaube sogar ein bisschen mehr, weil ich mich da echt nicht entscheiden konnte, was ich da nehme. Und deswegen habe ich mir eine etwas breitere Auswahl gegönnt, damit ich euch ein bisschen was zeigen kann. Einfach damit wir mal schauen können, was so bei dem Shop geht. Aber ja, wie gesagt, es ist ein ganz neuer Shop, den ich jetzt austesten darf. Also für mich ein neuer Shop. Vielleicht hat der ein oder andere ja schon von dem Shop auch was gesehen. Für mich ist es allerdings neu, was ich euch allerdings auch noch mitteilen kann. Denn ich habe letztens eine E-Mail bekommen bezüglich der Umsatzsteuer in Deutschland. Und zwar hat mir Colorful DIY, ich glaube nicht nur mir, sondern sämtlichen Kunden mitgeteilt, dass sie ab sofort diese Umsatzsteuer übernehmen. Das heißt, wenn ihr dort bestellt, braucht ihr keine Bedenken haben, dass das nicht durch den Zoll geht. Die versteuern es vorab und dann kriegt ihr die Ware direkt nach Hause geschickt. Sollte es doch nochmal irgendwo Probleme geben, schreibt den Support einfach an. Aber ich denke, das wird einfach so super gut funktionieren. Gut, wir widmen uns der Sachen. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal mittendrin an. Ich habe keine Ahnung, was in welchem Päckchen ist. Von daher starten wir einfach mal mit diesem hier. Okay, wir machen mal auf. Mal gucken, wo ich das aufkriege. Das ist etwas größer, deswegen haben die meistens so eine doppelte. Sonst sind sie doppelt eingepackt. Okay, dann haben wir das Bild, die Steine und das Toolkit. Ja, okay. Also, schauen wir mal, was wir haben. Ich fange mal mit dem Toolkit an. Wir haben das Toolkit in einem Zippbeutel. Wir haben ein weißes Schiffchen. Ein Mehrfachaufsetzer ist drin. Ein Mehrfachaufsetzer ist auch an dem Stift dran. Wir haben eine Spitze Pinzette, ein Stift mit einem Griffstück drauf, ein großes Stück Wachs. Ja, passt für mich super. Als Standard-Toolkit finde ich sehr gut. Ist auch für Anfänger super gut geeignet. So, wir haben Zippbeutel mit Steinchen. Das finde ich sehr, sehr cool. Wie ihr ja wisst, spart das auch eine Menge Plastiken. Deswegen finde ich das mega gut. Und ihr seht, es ist sehr lila und kinklastig. Ich packe sie euch aber gleich mal aus. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir das Bild auf. Ihr müsst euch nicht wundern, diese Knicke kommen davon, dass es bei mir ziemlich lange gelagert hat. Aber ich bin froh, dass es halt gegossener Kleber ist. Deswegen ist das gar kein Problem. Die Leinwand ist auch nicht sehr fest. Sie ist schön weich. Und hier könnt ihr das Motiv schon mal sehen. Das ist nämlich ein Löwe. Löwe in so, ja, echt geilen Tönen gehalten. Das ist mir schon so oft über den Weg gelaufen. Und jetzt habe ich gedacht, komm, nehme ich das mit. Und wie ihr sehen könnt, ist das ein Bild in 40x50. Steht zumindest drauf. Wir messen es auch gleich aus. Ich rutsche euch mal noch ein Stück nach hinten. So, damit ihr nämlich ein bisschen mehr von dem Bild seht. Und ich finde, das ist von der Auflösung her schon richtig cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Doch. Sehr cool. Was man da halt cool machen kann, man kann hier so ein bisschen mit AB-Steinchen spielen. Auch bei diesem Bild würde es vielleicht gehen, wo jetzt genau und welche Farben man austauscht. Müsste man im Zweifelsfall sich dann mal wirklich überlegen. Kann ich aus dem Kopf jetzt auch nicht so sagen. Ich müsste dann genau gucken, welche Farben und wo und wie. Was ich eigentlich habe, hier ein bisschen Dreck auf der Leinwand. Das kann man aber abmachen. Das ist so ein bisschen Flüssigkleber, der sich ein bisschen verabschiedet hat. Also der sich irgendwie festgehaftet hat. Aber ist nicht schlimm. Die Knicke gehen auf jeden Fall raus. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das ist Flüssigkleber. Super, super. Wir haben 33 Farben. Haben Zahlen, Symbole und Buchstaben. Und der Druck ist auch sehr gut. Ja. Sehr, sehr guter Druck. Kann man gar nicht meckern. Man kann alles super hervorragend lesen. Sehr cool. Gefällt mir. Gefällt mir. Ja. Jetzt gucken wir uns die Steinchen an. Erstmal muss ich diese Füte aufkriegen. Okay. Also ich finde es ja immer ganz toll, dass wir als YouTuber halt auch Firmen ausprobieren dürfen. Weil bevor ihr irgendwo, mein Gott, Sprachschwierigkeiten in der Vorbereitung, bevor ihr irgendwas ausprobieren müsst, tun wir das für euch. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch, dass wir es auch können und die Möglichkeit dazu haben. Und so könnt ihr euch für euch entscheiden, wollt ihr oder wollt ihr nicht. Und deswegen finde ich das mega gut. Also wir haben hier ziemlich viele, seht ihr ja, blau, lila Töne, ein paar helle Töne. So, jetzt gucke ich mal die helle Farbe an. Und auch die sieht wieder verdammt nach Harzsteinungen aus. Ich kann da keine, keine, keine Pünktchen auf der Rückseite erkennen. Die sieht sehr, sehr gut aus, die Farbe. Wir haben die 939. Hier sind wir aber, sind wir hier, wo sind wir unterwegs? Ich begucke mir die mal ganz kurz von alleine. Tatsache ist, dass ich da auch keine, ähm, keine Löcher auf den Rückseiten erkennen kann. So, und jetzt könnt ihr mal hier nochmal die Rückseiten sehen. Und ich kann auch nochmal genau gucken. Aber ich finde da keine Löcher. Doch sind Acrylsteine. Hier oben habe ich eins. Da könnt ihr sehen, da, da hier oben an der Ecke. Da. Da könnt ihr ganz gut erkennen, dass es doch Acrylsteine sind. Aber trotzdem sehen die ganz gut aus. Ich muss jetzt mal kurz wieder was abschütten. So, dann kann ich euch nämlich die Steinchen nochmal im Schiffchen zeigen. Die sehen sehr gut aus. Boah, guckt mal hier. Wie schön an der Schnur aufgereiht. Sehr, sehr geil. Und Glanz haben wir auch. Also Qualität ist eigentlich nicht schlecht. Ich würde tippen, dass es sich um Acrylsteine handelt. Aber die sehen sehr gut aus für Acrylsteine. Und im Endeffekt ist es ja egal, ob es Harz- oder Acrylsteine sind, solange die Steine gut sind. Wenn man Harzsteine hat, dann braucht man weniger nachgucken, ob die Steine gut sind, weil die schon sehr gut sind. Harzsteine sind von der Qualität her oft sehr viel besser als die Acrylsteine. Aber es gibt auch sehr, sehr gute Acrylsteine. Also davon mal ab. Deswegen würde ich nicht unbedingt Acrylsteine in jedem Sinne verteufeln. Sondern es gibt durchaus auch sehr, sehr gute Acrylsteine. Und die sahen jetzt wirklich gut aus. Von daher würde ich da jetzt... Finde ich das gar nicht schlimm. Also man muss ja auch mal überlegen. Diese Kids, die wir hier vorstellen, diese kosten ja teilweise echt nicht viel Geld. Und Harzsteine sind nun mal um einiges teurer in der Produktion. Und dann könnte man diese Kids gar nicht für euch so günstig anbieten, dass ihr die ausprobieren könnt. Dass ihr Spaß dran habt. Und die Ergebnisse sind trotzdem nicht schlechter als mit Harzstein. Vielfach nicht. Und wenn das Bild an der Wand hängt, oftmals sieht man da nicht wirklich einen Unterschied. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Und ich finde es okay, dass es da zwei Klassen gibt. Aber natürlich ist es für die Leute interessant, die sagen, ich möchte ausschließlich Harzsteine haben. Die müssen natürlich und möchten natürlich auch wissen, sind das Harz- oder Acrylsteine. In diesem Falle sind es vermutlich zum großen Teil Acrylsteine. Aber wie gesagt, wir haben... Die sehen also gerade auch diese Farbe sieht sehr nach Harzsteine aus. Weil ich finde da keine Löcher auf der Rückseite. Und die sehen wirklich schön rechtmäßig, also schön gleichmäßig aus von den Kanten her. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. So, und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt kriege ich das wieder nicht eingepackt. Also kurz in die Kiste und dann geht es weiter. So, da sind sie wieder am Beutel. Und da kann ich das nämlich schön wieder ins Bild einrollen und dann zur Seite legen. Und es ist nämlich immer ganz gut, dass die Sachen dann auch zusammen gehören oder zusammen sind. Für mich zumindest, sonst muss ich hier nachher immer suchen, wohin gehören die Steine denn. Also das erste Bild gefällt mir schon mal sehr gut. Ach, wir haben gar nicht ausgemessen, Leute. Warum sagt mir das denn keiner? Ich brauche hier so ein kleines Engelchen und ein Teufelchen auf meiner Schulter, der sagt, du musst aber das noch ausmessen. Ja, habe ich fast vergessen. Gut, dann holen wir das Bild wieder raus, bevor wir das nämlich wirklich nicht mehr tun. Also, okay, dann schaut mal. Wir haben hier eine Breite von knapp 39 cm, also knapp an der 40 cm. Und von der Länge her, Moment, liegen wir bei, einmal gerade gezogen, liegen wir bei 48 cm. Also von der Breite her 1 cm und von der Länge her 2 cm weniger. Kann man aber gut verkrachten, wenn man eine Leinwand hat, wo man das draufkleben kann. Ist es sogar ganz gut, links und rechts noch ein bisschen Platz zu haben, weil man dann noch so ein bisschen auf der Leinwand justieren kann. Die Leinwände sind halt auch nicht immer genau die Maße. Die haben ja auch so eine kleine Schwankung oftmals drin. Deswegen finde ich das gar nicht schlimm, wenn man da so ein bisschen Abweichung hat. Dann kann man das nämlich schön gut auf die Leinwand kleben. Und den Bilderrahmen, da muss man allerdings gucken, wenn man einen Bilderrahmen hat mit 40 cm x 50 cm. Was man machen könnte, ist hier zum Beispiel noch ein Stück schwarzes oder buntes, lila, blaues, wie auch immer, Stoffklebeband drüber kleben. Also für den Rand. Und dann hätte man quasi wie so ein aufgeklebtes Passepartout. Und dann kann man es halt bündig abschneiden, sodass es in den Rahmen passt. Und dann hat man es im Bilderrahmen drin. Das könnte man auch machen. Mit Anmalen finde ich ein bisschen schwierig, aber so ein Stoffklebeband kann man sehr, sehr gut benutzen. Nehmt man ein schwarzes oder vielleicht ein dunkle lila oder so. Müssen wir mal gucken, wo man sowas herkriegt. So, dann haben wir ein Bildnummer 1 fertig. Ich würde sagen, wir machen noch ein zweites Großes auf. Ich bin auf die Großen gespannt. Ich möchte die Großen gerne angucken. Ich möchte die Gist gerne wissen, was in den Großen drin ist. Aber es sieht sehr, sehr, sehr gut aus, das eine Bild. So, was haben wir hier? Okay, ein Bild. Okay, nochmal Steinchen in Zipbeutel. Finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir. So, wir haben wieder ein Toolkit. Das sieht genauso aus wie das andere. Identisch, wirklich identisch. Das finde ich sehr gut. Aber wir haben hier doppelseitige Klebefolie. Das heißt, die Bildart ist ein bisschen anders. Aber trotzdem haben wir das gleiche Toolkit. Mal gucken, wie wir das... Wie das in den anderen Päckchen aussieht. Was wird da für ein Toolkit drin haben? Ich bin gespannt. Wenn natürlich auch in den kleineren Päckchen so ein cooles Toolkit drin ist, finde ich das sehr, sehr prima. Weil man dann halt wirklich, egal welches Bild in der Größe 50x40 man zum Beispiel bekommt, man immer identisches Toolkit hat. Und ich sagen muss, oh, jetzt habe ich aber so ein doofes Toolkit. Ich hätte lieber gerne das andere gehabt. Gleich ist immer gut. So, ich würde vorschlagen, wir machen zuerst das Bild auf. Und falls ich mich heute sehr, sehr viel verspreche, ich kann euch nicht sagen, was los ist. Ich weiß es tatsächlich wirklich nicht. Ich habe aber gar keine Schere. Wo ist meine Schere hin? Ich habe sie gefunden. Die lagen unter dem ausgepackten Bild. So. Also es ist nochmal sicher eingepackt. Das heißt, sollte es regnen oder sonst irgendwas sein, braucht ihr da keine Angst haben. Das ist sehr, sehr geschützt. So. Doppelseitige Klebefolie. Jetzt bin ich mal gespannt. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal das Motiv sehen. Und zwar haben wir hier so eine Eulenmama mit ihrem Küken. Das fand ich auch so süß. Und hat mir auch von den Farben hierher gefallen. Es ist eher so ein Sommer-Frühlingsmotiv. Finde ich sehr, sehr cool. Und ist mir auch schon öfter hinterher gelaufen. Ich mag sowas auch. Ich habe euch ja letztens schon gesagt, dass ich nicht so unbedingt auf einem Motiv fixiert bin. Mir gefällt relativ viel. Ist für die Auswahl bei den Shops zum Testen natürlich sehr praktisch, wenn man viele Sachen hat, die einem gefallen. Man muss sich dann aber allerdings trotzdem entscheiden. So. Ich kann ja eigentlich 50 Bilder mir bestellen und dann unboxen. Das würde ewig dauern. Aber so ein paar Motive dürfen dann schon immer mal mit. Auch diese Leinwand ist schön weich. Sieht aus fast wie die gleiche Machart von eben. Wir haben aber diesmal 45 Farben. Und wir haben doppelseitige Klebefolie. Muss aber nicht schlimm sein. Wir hatten auch das schon öfter und auch das war in Ordnung. So. Wir haben das auf so einer Schaumstoffvollerer aufgewickelt. Allerdings so eine sehr, sehr dünne. Aber war trotzdem gut aufgerollt. Und die Symbole, die auf der Seite, auf der Legende dort und dort gedruckt sind, sehen sehr gut aus. Ist das schön. Das gefällt mir total gut. So, könnte man jetzt mal schnipp, schnipp machen und es ist fertig gepatet. Das wäre toll. Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass man hier die Blümchen, die unten sind, die ihr gar nicht seht. Ich mache euch das mal oben zu, damit ihr das unten sehen könnt. Dass man die Blümchen, die hier unten sind, schaut mal, die Blümchen, die wir hier haben, da kann man sehr, sehr schön Abilsteinchen einbauen. Sehr, sehr gut. Weil das mit den Blümchen halt auch total gut passt. Gefällt mir. Also das, was ich jetzt schon sehe, gefällt mir außerordentlich gut. Also es ist eine sehr, sehr tolle Auflösung. Und der Druck sieht auch sehr, sehr toll aus. Ich zeige euch den aber gleich nochmal, wenn ich das aufgemacht habe. Das Bild kann ich leider gleich nicht mehr aufrollen. Das muss ich gleich irgendwie anders lagern. So, und dann zeige ich euch aber nochmal den Druck. Und der ist toll. Wenn die Kamera dann scharf stellt. Auch die hellen Sachen kann man mega gut lesen. Richtig, richtig gut. Ja, also gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ist auf jeden Fall, finde ich, eine klare Kaufempfehlung. So, was ich jetzt hier so sehe. Steine, werden wir uns ja gleich anschauen. Ich messe euch aber erstmal nochmal das Bild aus. Da das die gleiche Machart ist, wie das Bild von eben, würde ich behaupten, dass das auch die gleichen Maße hat, wie das von eben. So, wir landen hier. Sehr cool. Also, auch da passen die Maße soweit schon ganz gut. Also, es ist nicht die Leinwandgröße. Kann aber sein, dass es dran steht, dass es die Leinwandgröße ist. Also, habt ihr dann auf jeden Fall mehr für euer Geld. Preislich, völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, wo die Preise liegen. Ich verlinke euch aber natürlich immer alle Bilder unten drunter. Das heißt, ihr könnt dann stöbern gehen und könnt euch dann selber nach den Preisen erkundigen. Ich kann euch allerdings nicht sagen, ob die 19 Prozent, die der Shop dann schon abführt für die Steuer, mit in den Preisen eingerechnet sind oder ob sie danach drauf kommen. Das habe ich allerdings noch nicht geguckt. Also, es kann sein, dass die erst beim Bezahlen dazukommen. Es kann aber schon sein, dass die in den Preisen von den Bildern drin sind. Da müsstet ihr dann mal schauen. Auf jeden Fall habe ich die Info bekommen, dass sie die Steuer abführen und ihr die Pakete also zollfrei bekommt. Das heißt, ihr müsst da nicht nochmal zum Zoll, müsst keine 6 Euro an irgendjemand bezahlen oder sonst irgendwas. Die kriegt ihr dann einfach frei, ganz normal nach Hause geschickt. Gut. Ich würde vorschlagen, wir schauen euch die Beutelchen an. Ach, hier haben wir wieder Zippbeutel, habe ich euch ja gesagt. So, und auch die sehen toll aus. Da fliegen noch ein paar Steinchen schon rum, aber das macht nichts. Hauptsache ist keine Tüte offen. Kann schon mal sein, dass beim Abpacken hier oben in der Ecke mal irgendwie einer hängen bleibt, der jetzt lose ist. Sehr coole Farben. Also sehr viel zarte Töne, so hellrosa, ein bisschen ins Pink gehende, Grüntöne, Brauntöne, aber sehr, sehr schöne Farben. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Die 310 haben wir auch dabei. Also, nagelt mich aber nicht fest, ne? Ich kann euch nicht sagen, ob das Acryl oder Hartsteine sind. Probieren wir aus. Wir haben ja den Vorteil, dass wir bei Hartstein mit der Pink Sette arbeiten könnten. Probieren wir einfach mal aus. Also, wir nehmen ein Schiffchen, wir hauen ein bisschen von der 310 da rein und schütteln das. Und gucken mal, wie die aussehen. Ja, die sehen schon mal sehr gut aus. Wenn ich jetzt 2 aufnehmen kann. Necken. Also, ich kriege die nicht aufgepickt. Also, ich würde behaupten, entweder... Doch, guckt mal. Also, uch! Also, entweder haben wir eine etwas, ich sage jetzt mal, schlechtere Qualität von den Hartsteinen her. Aber ich bin eigentlich nicht so doof, die aufzunehmen. Necken. Also, ich kriege die nicht aufgelesen. Bei richtigen Hartsteinen schaffe ich das. Tatsächlich. Es gibt auch Videos, wo ich das schon geschafft habe. Aber die sehen... Also, die sind vom Rand her nicht ganz gerade. Die sind ein bisschen... Guck mal, weshalb das nicht geht. Aber die sehen trotzdem sehr gleichmäßig aus. Wirklich sehr, sehr gleichmäßig. Also, da kann ich gar nicht meckern. Lassen Sie sich einfach nicht mit einer Pink Sette mit 2 aufnehmen. Das geht leider nicht. Ihr müsst die dann schon einzeln setzen. Also, entweder mit der Pink Sette einzeln setzen. Oder wenn ihr keine Pinzette nutzt, sondern einen Stift, dann könnt ihr natürlich auch mehrfachaufsätze annehmen. Natürlich. Das geht natürlich ganz klar. Aber bei einer Pinzette geht halt leider nicht mit mehreren. Das funktioniert nicht, aber die Steine sehen trotzdem sehr, sehr toll aus. Also, da muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Gut. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach noch ein paar Steinchen an. Tatsache ist, dass ich keine Löcher finde, ne? Ich will nicht ausschließen, dass wir hier Hartsteine haben. Allerdings sind die Ränder nicht ganz gerade. Was ein bisschen dagegen spricht. Weil wenn wir Hartsteine haben... Hier sind zum Beispiel Acrylsteine. Da habe ich ein Loch gesehen. Aber die Farben sehen trotzdem toll aus. Ich zeige euch mal ein paar von den rosa-pinken Tönen. Ich mache die mal alle auf die Hand. Boah, schaut euch das mal an, wie viele Tönen wir hier haben. Krass. Noch mehr Pink. Noch mehr Pink. Noch ein alt Rosé-Ton. Noch ein Pink. Mein Gott. Ich meine, bei 45 Farben, da dürfen auch schon mal ein paar mit bei sein, ne? Aber die sehen sehr toll aus, die Steine. Ich habe jetzt keine Steine gesehen, wo ich jetzt so Narren oder irgendwas dabei hatte. Die sehen richtig toll aus. So, dann haben wir ziemlich viele Grüntönen. Ihr seht das jetzt einfach mal. Ich habe euch die mal ausgebreitet, ja? Hier haben wir noch ein paar Pink-Töne. Mein Gott. Also ich zeile euch die mal jetzt einfach mal so ein bisschen. Ich sortiere euch die mal, ne? Nach Pink, Blau, Grün. Ein bisschen Braun. So irgendwas in der Mix-Mix-Mix-Mix-Mix-Mix. Mein Gott. Mix-Mischung. Was ist denn heute mit mir los? Ich kann überhaupt nicht mehr reden. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas getrunken. Aber Leute, ich bin stocknüchtern. Wirklich nüchtern. Wissen geht nicht mehr. Ich habe nichts getrunken, aber ich komme mir echt so vor. Ich bin voll am Rumpf verhaspeln und hin und her. Aber ey, das ist doch... Guckt euch das mal an. Ich ziehe ich nochmal ein bisschen runter, damit ihr es besser sehen könnt. So, schaut euch das mal an. Das sieht mega geil aus. Richtig viele Farben, viele Nuancen. Schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. So ein paar einzelne Steine, die hier rumfliegen. Oh, hier ist einer drin. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Klebeprobe brauche ich nicht machen. Also doppelseitige Klebefolie, die ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe jetzt mal kurz mit meinem Finger draufgefasst. Wartet, ihr hört es jetzt. Pst, seid mal ganz leise. Cooles Geräusch, oder? Machen wir ein bisschen ASMR in dem Video. Jawohl, ja. Gut, ich packe die wieder ein. Und dann widmen wir uns dem kleinen Bild, würde ich vorschlagen, bevor wir dann zum letzten großen kommen. So, einmal alle rein in die Tüte. Das Bild kann ich jetzt allerdings nicht aufrollen. Das heißt, hier muss ich mir merken, was es für eins ist. Ich würde nachher auch gut beschriften. Die Beutelchen werde ich mir in so eine Hülle packen. Hier in diese. Ich zeige euch die mal kurz. In eine von meinen Hüllen werde ich mir reinpacken. Ja, bei mir. Zack, da kommen die Steinchen dann rein. Ach, wisst ihr was? Das kriegen wir direkt rein. Muss ich das doch nachher nicht machen. Für alle, die schon mal wissen wollten, wie sowas macht die denn immer mit den Hüllen. Ja, ganz easy. Ihr nehmt einfach so eine Hülle und dann schmeißt ihr einfach die Steine da rein. In Ziptoe-Tüten, das passiert auch überhaupt nicht. Sie passen da auch vor allen Dingen alle rein. Bilder 50x40, also bis zu 50x70 passen die Steine in Ziptoe-Tüten eigentlich da ganz gut rein. Und größere, entweder bräuchtet ihr dann zwei Taschen oder eine größere A4-Tasche. Die habe ich aber längst nicht. Wenn da mal Bedarf sein sollte, dass ihr auch gerne solche schönen Taschen in A4 haben möchtet, dann lasst mir gerne mal einen Kommentar unten da. Vielleicht schaffe ich es bis zum Jahresende, dann nochmal welche zu organisieren. Aber ich mache das dann zu, mache mir noch einen Zettel rein, was da drin ist und dann packe ich diese Taschen einfach weg, weil die sind so robust, da kann ich hunderte Stück aufeinander stapeln und da passiert einfach nichts mit. Und man hat diese Plastikverpackung nicht und dann geht die auf und dann putzelt irgendwas raus und dann sucht man wieder hinterher was. Will keiner haben. Deswegen finde ich diese Taschen für mich, ganz für mich alleine, mega praktisch und ich liebe sie einfach. Ja, so, ich würde vorschlagen, das Bild packe ich jetzt auf Seite. Mein Schreibtisch auf der Seite wird immer voller. Aber so ist das nun mal. Wenn es gleich an der Seite ganz dunkel ist, an der da, wenn es hier ganz dunkel ist, dann wisst ihr, dass ich es so weit hochgestapelt habe, dass kein Licht mehr drauf kommt auf den Tisch. Naja, seht ihr schon leicht, den Schatten seht ihr schon. Immer je höher das geht, desto weniger Licht kommt dann auch dadurch. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem kleinen Bild, hatte ich euch versprochen. Gut, wir hatten jetzt ja zweimal eckig. Mal gucken, ob wir hier das kleine Bild in Rund haben oder ob wir das große Bild in Rund haben. Schauen wir mal. Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein Bild mit 20 Farben. Ah, okay. Das ist ein Bild mit runden Steinen. Die Größe kann ich euch gar nicht sagen, was das für eine Größe angegeben war. Aber ihr könnt zumindest erkennen, was es ist. Nämlich ein Fahrrad in grün. So ein paar Blümchen. Ein Fahrrad. Es ist halt ein sehr kleines Bild. Fahrrad kann man aber erkennen, finde ich. Die Denker kann man ein bisschen schlecht erkennen. Hier ist noch so ein Korb oben drauf, die Räder. Ja, ist schon... Ja. Ein bisschen verpixelt. Ich glaube, tatsächlich, um es besser erkennen zu können und um damit es besser rauskommt, müsste man es noch größer nehmen. Aber für so zwischendurch finde ich das okay. Hat jetzt keine mega super Auflösung. Aber das muss man halt einfach wissen. Aber auch sowas möchte ich gerne ausprobieren, um zu gucken, wie ist denn die Auflösung bei so einem Bild? Funktioniert das oder funktioniert es eher nicht? Wir haben hier runde Steine. Ich messe direkt mal die Größe aus, wenn wir es hier schon mal vor uns liegen haben. Wir haben eine Breite von... Wir haben eine Breite von 43 cm. Also wird das 40 mal 50 angegeben sein auf der Homepage. Und für 40 mal 50 ist es halt dann doch schon sehr verpixelt. Und wir haben hier eine Länge von... eine Breite von knapp 34 cm. Das könnt ihr gar nicht sehen. Aber ich kann euch nicht so weit hochrutschen. So, also knapp 34 cm. Auf der Homepage ist dann 40 mal 50 angegeben in der Größe. Ja, für 40 mal 50... Gut, das Bild an sich ist kleiner, aber es ist schon so sehr verpixelt, oder? Man kann es zwar erkennen, dass hier so Blümchen sind oder so, aber ja, da müsste man das schon einiges größer wählen, damit es halt nicht so arg verpixelt ist. Aber man kann es halt schon so ein bisschen erkennen. Hier die Blumen so ein bisschen. Man kann schon erahnen, was es ist. Ich zeige euch mal. Ich habe noch das Bild in der Vorschau. Wartet mal. Vielleicht kann man das besser sehen. Na, wenn die Kamera scharf schaltet. So. Es ist einfach zu detailreich, ne? Gerade die Blumen und so, das ist halt schon sehr detailreich. Da kann man... Das kann man halt nicht... Man kann hier schon erahnen, dass es hier so ein Blumen... Dass das hier Blumen sind. Und auch hier oder auch hier im Hintergrund. Und das Fahrrad kann man halt auch erkennen, ja? Aber es ist halt nicht so in der Auflösung, als dass man sagen könnte, oh, das sieht in einem Foto von weiter weg sehr, sehr ähnlich. Also das ist schon verpixelter. Ja. Aber es sind auch runde Steine. Runde Steine sind eh größer. Von daher sind die Pixel auch ein bisschen anders wie bei eckigen Steinen. Das Bild wäre mal interessant in der gleichen Größe, genau identisch. Also auch mit den Innenmaßen von dem Bild, wie das mit eckigen Steinen von der Pixel-Vorschau aussieht. Gut. Ich mache aber mal weiter, ja? Verzeih mir, ich mache mal weiter, sonst wird das Video wieder so lang und dann beschweren sich die Leute wieder. Also wir haben hier 20 Farben, Zahlen, Buchstaben. DMC-Nummern stehen auch dabei. Das finde ich sehr gut. Standen bei allen Bildern bisher auch dabei. Wir haben runde Steine, hatte ich euch schon gesagt. Die mache ich euch jetzt aber auch mal kurz auf. Bei runde Steine haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Klebeprobe mache ich euch hier oben. Kleber ist auch okay. Der Druck kann man auch gut lesen. Wir haben keine Kreise um die Zahlen und Buchstaben drumherum. Das heißt, ihr müsst halt wirklich zum Beispiel bei der hellen Fläche aufs Symbol kleben. Ihr habt keinen Kreis drumherum. Wer das feiert, ist da genau richtig. Ob das bei allen Bildern ist, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Wir haben ja nur erstmal das erste mit runden Stein. Hier sind so leichte Kreise drumherum bei manchen Symbolen. Man kann aber alles ganz gut erkennen. Bei den ganz dunklen Farben ist es vielleicht einfacher, wenn ihr euch dann Lightpad zur Hilfe nehmt. Aber man kann es auch so echt gut lesen. Gut. Steinchen wolltet ihr sehen. Die mache ich euch auf. Und die fahren wir mal im Schnelldurchlauf. Das sind Acrylsteine. Immer schön pro Farbe abgepackt. Das heißt, die könnt ihr auch easy benutzen. Umfüllen und dann benutzen oder wieder zukleben. Sehr cool. Nur die Lilatöne sind schön. Und noch ein bisschen grün. Gefällt mir, aber sehr gut. Also die Steine sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Die sehen auch schön rund aus. Ich zeige euch das nochmal an dem Lila. Weil die gerade vor mir liegen. Die sehen schon schön rund aus. Die daneben eignen sich sogar noch besser. Da könnt ihr es sehen. Es sind zwar Acrylsteine, aber die sind schön rund. Und bei runden Steinen möchte man ja auch runde Steine haben. Und keine Häckigen. Deswegen ist es schon gut, wenn es rund ist. Also wenn die Steine rund sind. So. Dann packen wir das eben schnell mal wieder zusammen. Und es wäre, glaube ich, schlauer von der anderen Seite einzupacken. Weil wir nämlich hier das Vorschaubild haben. Das kann man nämlich dann nicht sehen. Und dann darf das auch wieder in die Hülle zurück. Und da war mein Schiffchen abgestürzt. Achso, ich habe euch noch etwas unterschlagen. Bei dem kleineren Bild, oder bei dem Bild mit den runden Steinen, war hier nur ein ganz einfaches Toolkit dabei. Also ein einfaches grünes Stiftchen, ein Stift und ein Stück Wachs. Ganz einfach. Also vielleicht wird auch unterschieden zwischen rund und eckig. Ich habe keine Ahnung. Und wir haben jetzt aber nochmal ein großes Bild mit eckigen Steinen. Hoffe ich mal. Mal gucken. Und mal gucken, was wir da für ein Toolkit haben. Ich hoffe mal, dass das noch eckig ist. Ja, ist wieder eckig. Und wir haben wieder so ein schönes Toolkit. Wir haben wieder ein schönes Toolkit wie zum Anfang auch. Also ich denke mal, bei den größeren Bildern mit eckigen Steinen haben wir immer so ein Toolkit. Und bei den anderen Sets, kleineren Sets oder runden Sets, wird wahrscheinlich immer nur so ein einfaches dabei sein. Gut. Was haben wir uns denn hier ausgesucht? Möchtet ihr doch bestimmt wissen. Ich auch. Auch hier haben wir wieder eine doppelseitige Klebefolie. Und ihr seht schon, wir haben sehr viele dunkle Föhne. Das ist ein sehr dunkles Bild. Und ihr könnt es hier schon sehen, was wir hier haben. Wir haben hier ein Yin und Yang Mandala. Ich mache es euch aber auch nochmal aus. Das fand ich sehr gut. Und ich glaube, primär habe ich mir das wegen den Steinchen mitgenommen. Auch weil man da richtig schön ab die Steine setzen kann. Mal gucken. Mal gucken, was sich da so anbietet. Steinchen. Jede Menge Steinchen. Steinchen, noch mehr Steinchen. Also wenn wir sehr viele Blautöne, könnt ihr sehen, wir haben auch die in größeren Zipptüten abgepackt, wo wir mehr Steinchen haben. Das finde ich sehr praktisch. Also nicht viele kleine, sondern auch größere. Wir haben ja auch ein paar, wo wir nur wenig drin haben. Ja, gefällt mir allerdings so sehr, sehr, sehr gut. Also auch wo wir wenig haben, schaut mal. Wir haben ja zum Beispiel nur so ein paar Steinchen drin. Bei der Farbe ist auch nicht wirklich viel. Bei dem Grün ist nicht viel. Wir haben sehr, sehr viele Blautöne. Schaut euch mal die Blautöne an. Halleluja. Also sehr, sehr viele Blautöne. Wahnsinn. So, und dann haben wir noch die 939. Das ist ein ganz dunkles Blau. Das sind Acrylsteine. Das kann man sehen, weil wir da Löcher sehen. Das seht ihr jetzt. Könnt ihr die sehr gut sehen. Zum Beispiel hier. Da könnt ihr das sehen. Da drunter. Da könnt ihr sehr, sehr gut die Löcher erkennen. Das sind Acrylsteine. Aber die sehen sehr gut aus. Ich mache die gleich nochmal ins Schiffchen. Und ich mache euch doch die Steine ins Schiffchen. Das sind vermutlich auch Acrylsteine. Ja, sind auch Acrylsteine. Gut. Also die Farben sehen gar nicht schlecht aus. Die schiebe ich mal zur Seite. Und jetzt zeige ich euch die nochmal im Schiffchen. Erstmal die 939. Aber ich mache immer nur so ein paar rein. Sonst kriege ich die nämlich gleich nicht mehr ordentlich raus. So. Wenn ihr das sehen. Sehen auch sehr, sehr gut aus. Machen einen guten Eindruck. Keine Nasen dran. Nichts. Ich habe jetzt einfach hier ins Snowweiche reingetan. Also jetzt nicht irgendwie rausselektiert oder so. Wozu auch. So. Machen wir einen schnelleren Weg. Das Schiffchen hat zwar einen schönen Ausguss. Aber manchmal ist der Rückwärtsweg einfach einfacher. Machen wir mal die andere Steinchen. Die anderen Steinchen. Oh, da habe ich jetzt ein bisschen viel reingetan. Okay. Komm. Come on. So. Auch da kann ich euch die Steinchen nochmal zeigen. So. Einmal zurechtgeschüttelt. Auch die sehen gut aus. Das ist jetzt die 820. Das ist ein dunkles Blau. Sehr geil. Ja. Also bisher macht man die Steine wirklich einen guten Eindruck. Also wenn euch da was gefällt. Und ihr sagt, hätte ich gerne. Ist es, ich glaube, theoretisch egal, ob ihr rund oder eckig nehmt. Also wenn ihr bei der Firma schon mal bestellt habt. Und ihr habt schon mal Bilder mit eckigen Steinchen bestellt. Sagt mir doch mal, wie eure Steinchen waren. Hattet ihr da schon sehr viel Ausschuss oder einen Fehlgriff dabei? Oder waren die Stein in Ordnung? Wäre natürlich mal interessant von euch zu wissen, welche Erfahrungen ihr so mit der Firma gemacht habt. Weil für mich ist es tatsächlich das erste Video und das sind die ersten Produkte, die ich hier auspacke. Würde mich interessieren. So. Auch die machen wir in so eine schöne Tüte rein, weil die Bilder ich ja, wie gesagt, nicht wieder aufrollen kann. Und damit ich nachher die nicht suche, was wo drin ist, kommen auch die in eine schöne Tüte. Als Verschluss so, dann kommen die zu den anderen Steinchen. Sehr cool. Jetzt machen wir das Bild nochmal auf, dann zeige ich euch das. Na, komm. Also wir haben hier 35 Farben. Das ist schon recht viel dafür, dass wir, ich meine, so ein einheitliches, also ziemlich einheitlich farblich gehaltenes Bild haben. So. Auch wieder eine Schaumstoffrolle. Jetzt haben wir natürlich hier oben noch so einen kleinen Kämpfer. Das ist anscheinend nur von der Folie. Wir machen es einfach mal auf. Und dann können wir gucken. Ja. Ist nur die Deckfolie gewesen. Oh, hier haben wir eine Luftblase drin. Seht ihr das? Das muss man aufschneiden und plattdrücken. Dann sollte das gehen. Ja. Da hat sich das, da hat sich die Klebefolie ein bisschen dran gezogen. Gut. Riecht ein bisschen chemisch. Ja. Also wer so auf Klebergeruch steht. Aber nur ganz leicht. Also nicht wirklich penetrant oder so. Überhaupt nicht. Und ihr könnt das natürlich auch schon mal sehen. Ich mache euch das von der anderen Seite gleich nochmal auf. Also hier oben, das ist ein bisschen... Ich muss mir das mal angucken. Ja. Das muss man aufschneiden. Das mache ich jetzt aber nicht. Das mache ich irgendwann später, wenn ich dann tatsächlich klebe. Das ist so. Halt andere Seite. Ich glaube, es ist roh egal, warum ich das mit euch aufmache. Also so. Gehen wir das nochmal auf. Das ist einfach nur, damit das Bild halt gerade liegen kann. Deswegen macht man das von beiden Seiten auf. Jetzt kann ich es fast bis zum Ende ziehen, damit ihr das auch erkennen könnt. Oh, ich habe es jetzt ganz abgezogen. Na schön. Okay. Wir haben es ganz abgezogen. Aber es ist sehr cool. Also wir haben hier eine Blume, die kann man sehr schön erkennen. Und wir haben hier eine Rose, die kann man auch sehr gut erkennen. Und in der Mitte haben wir nochmal so einen Lichtreflex drin. Gefällt mir aber. Ja. Sehr viel... Vor allem, man muss sich mal vorstellen, Es sieht ja jetzt nicht so aus, als wenn wir da viele Farben bräuchten. Aber es ist halt schon... Es hat 35 Farben. Das ist schon immens viel, finde ich. Ja, aber gefällt mir. So, machen wir wieder zu. Und jetzt muss ich die andere Folie wieder ordentlich drauflegen. Aber wie rum? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, es ist egal. So, aber... Auf diesem Bild. Und dann probieren wir einfach mal die dunklen Steinchen aus. Weil wir möchten ja auch wissen, wie sitzen denn die dunklen Steine. Dafür eignet sich dieses Bild natürlich hervorragend. Und deswegen baue ich gleich ein bisschen um. Und deswegen baue ich gleich ein bisschen um. Aber ihr kennt das Spielchen ja. Dann erpenken wir Rucki die Zuck ein bisschen von dem Bild. Und dann sage ich euch im Anschluss, wie ich das finde. Ob gut oder schlecht. Und in diesem Sinne, genießt das Speedpainting. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Na, was meint ihr? Cool oder nicht cool? Ich gucke nochmal, ob ich alle Steine richtig gesetzt habe. Dass da nichts noch hoch steht. Sieht aber gut aus. Und es glänzt schön. Also ihr könnt das ja sehen. Ist sehr cool geworden. Schaut mal. Richtig gut. Steine glänzen auch echt schön. Und ich konnte die auch richtig schön gleichmäßig setzen. Mit echt fast keinen Lücken drin. habe ich sehe ich jetzt hier mit dem bloßen Auge sehe ich tatsächlich nichts. Klar, also es kann sein, dass da mal irgendwo minimal Lücken sind. Aber ich sehe jetzt hier erstmal so keine. Ja, und ihr könnt das von der Seite sehen, da ist auch nichts wieder hochgekommen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht sehr toll aus. Gefällt mir sehr gut. Ich bin begeistert. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und wer Bock auf dieses Motiv hat. Ich zeige euch das nochmal. Da ist es. Der kann natürlich gerne zuschlagen. Auch die anderen Bilder verlinke ich euch natürlich selbstverständlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Damit ihr die nachshoppen könnt, wenn ihr da Bock drauf habt. Mein Video ist jetzt hiermit zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Kommentare oder Anregungen habt, dann schreibt es mir sehr gerne unten in die Kommentarfunktion. Da freue ich mich natürlich immer drauf, von euch zu lesen, wie es euch so geht. Was euch so umtreibt. Oder wenn ihr mir auch einfach nur netten Kommentar da lassen wollt. Gar kein Thema. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch ein ganz, ganz tolles restliches Wochenende. Viel Spaß in der nächsten Woche. Und auch sonst, lasst euch nicht ärgern. Bleibt gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ihr Lieben, wünsche ich euch noch was. Bis dann. Tschüss.